Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Dies ist ein Testvideo des Samsung Galaxy Note 3 und zwar in Full HD. Es gibt auch schon ein 4K Video, solltet ihr euch anschauen, falls es euch interessiert. Wir wollen mal testen, wie ist die Bildqualität, wie sind Schärfe, Details, Farben und alles andere. Wie ist das mit der Bildstabilisierung? Geht da was oder geht da gar nichts? Wie ist der Autofokus? Wie ist der Ton vor allen Dingen? Wie ist der Unterschied, wenn wir vom Hellen ins Dunkle oder vom Blauen ins Helle gehen? Wie ist der Autofokus? Was ist da los? Das müsst alles ihr entscheiden. Dies ist auf jeden Fall das Testvideo. Wir sind jetzt gleich durch. Zoomen noch einmal kurz rein. Vierfach geht maximal. Jetzt ist 2,2-fach. Dreifach und vierfach reingezoomt. Sieht hier eigentlich ganz okay aus. Wirklich viel erhoffe ich mir davon aber im richtigen Bild nicht. Das war das Testvideo des Samsung Galaxy Note 3 und zwar in Full HD. Vielen Dank für eure Zeit. Ciao.